Im Königreich von Hyrule erzählt man sich eine uralte Legende. Sie berichtet von einem heiligen Artefakt mit dem Namen Triforce. Seine göttliche Macht würde dem, der es berührt, einen jeglichen Wunsch erfüllen. Die Gier nach einer solchen Macht war groß und so wurde Krieg um Krieg geführt. In seiner Not befahl der König den sieben Weisen, das Triforce im Heiligen Reich zu verbergen. Doch der Dieb Ganondorf drang in das Heilige Reich ein und raubte das Triforce. Als König der Finsternis Ganon griff er Hyrule an, um es in seine Gewalt zu bringen. Doch gerade, als das Königreich Ganon schon fast anheim gefallen war, erschien ein Held, geleitet von der Prinzessin. Mit dem legendären Master Shed in der Hand stellte er sich Ganon entgegen. Nur mit vereinter Kraft konnten der Held und die sieben Weisen den Dämon versiegeln. Dabei wurde das Triforce in drei Teile gespalten und fiel in einen tiefen Schlummer. Ein Teil ruht bei Ganon, über ein zweites wacht das Königshaus von Hyrule. Und das dritte ruht im Herzen des Helden. Noch heute erzählen sich die Menschen diese Geschichte. Meine Damen und Herren, ich begrüße euch zu The Legend of Zelda A Link Between Worlds 4K. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr hier seid und ich begrüße euch zu diesem neuen Zelda Projekt. Wir spielen den 3DS Teil The Legend of Zelda A Link Between Worlds in einer von euch vermutlich noch nie gesehenen 4K Version. Von mir auch nicht, aber das liegt vor allem daran, weil ich dieses Spiel noch nie gespielt habe. Das Ding hier wird für mich ein 100% Blind Projekt. Ich habe keinen verdammten Schimmer von diesem Spiel. Warum auch immer ist dieses Game total an mir vorbeigegangen. Ich war einfach immer mehr auf die 3D Zelda Teile fokussiert. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte den 3DS erst recht spät und irgendwie kam ich einfach nie dazu, dieses Spiel zu spielen. Und jetzt machen wir das gemeinsam hier auf Hübschrauber als Let's Play in wunderschöner Grafik. Und zwar zu 100%. Zelda-Spiele gehören meiner Meinung nach zu 100% gespielt. Und ich bin hier aktuell auf der Quest alle The Legend of Zelda Teile auf meinem Kanal. Hübschrauber hier zu 100% zu Let's Play in der maximalen, mir möglichen, ähm, Qualität. Und genau das werden wir tun. Wir werden das weitestgehend ohne Bottom-Screen spielen. Sollten wir den Bottom-Screen mal brauchen, dann können wir uns den einfach hier per Knopfdruck reinholen. Und dann können wir einfach mal schauen, was hier so abgeht. Aber ansonsten werden wir einfach dieses Spiel hier wunderschön genießen, äh, in seiner vollen Pracht. Und ich finde es da auch einfach cool, wenn das Bild dann so über den ganzen Bildschirm gestreckt ist und nicht noch immer irgendwo so ein Bottom-Screen rumfliegt. Wobei der wahrscheinlich nicht in der Mitte wäre, sondern sonst irgendwo. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir spielen eine neue Datei. Wir spielen das Ganze natürlich als Hybi. Was auch sonst, ne? Also, was anderes kommt für uns gar nicht in Frage. Zack. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, machen wir uns einfach eine großartige Reise, Freunde, in dieses Blind-Projekt. Es ist immer wieder ein großartiges Gefühl, ein The Legend of Zelda-Spiel Blind spielen zu können. Und das ist eines der wenigen Zelda-Spiele, bei denen ich das noch behaupten kann. Das war hoffentlich ein Traum. Ja. Hey, Hybi! Der Typ heißt Grie. Wie ich's mir dachte, immer noch im Bett. Aufstehen! Ja, so seh ich morgens auch aus. Egal, wann ich aufstehe. Steh schon auf, Hybi! Du kommst zu spät zur Arbeit. Der Schmiedeofen ist längst angefeuert. Jeden Morgen muss ich dich aufwecken kommen. Mach hin, ich warte draußen auf dich! Ich find's so toll. LOL! Seht ihr das, Freunde? Warum hängt da Majora's Mask in unserem Zimmer? What the hell? Äh... Ich hoffe, das ist nur ein Deko-Objekt und nicht die echte Maske. Kann ich irgendwie eine Rolle machen? Irgendwie die von der Wand jieten? Ne. Wow! Okay, das ist mein skurriler Start. Und wir haben wunderschöne Musik hier. Oh mein Gott! Und die Grafik! Und... Schmeckt das! Ihr werdet mich in diesem Let's Play Spoiler an dieser Stelle sehr, sehr häufig über die Grafik reden hören. Hybi, jetzt beeil dich! Oder willst du wirklich Ärger kriegen? Ne, alles gut, Meister. Ach, und vergiss ja nicht den Morgengruß! Äh... Wen du grüßen sollst? Na, Inda! Wenn du rausgehst, grüß den Wetterhahn. Nur wer speichert ist sicher. Das sagt mein Vater doch immer. Äh... Sag mal, Hybi. Weißt du eigentlich, was speichern bedeutet? Ich bin ja nur ein kleines Kind. Mir sagt man ja nichts, aber eigentlich ist es mir auch egal. Dann lauf ich schon mal vor. Mach den Morgengruß und komm mir dann steuerlichst hinterher. Äh... Okay. Bro, was geht? Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Ah, okay. Na, die Karte kann ich euch auch gleich mal zeigen. Das sind so Kleinigkeiten, die man wunderschön mal über den Bottomscreen dann einfügen kann. Da haben wir nämlich einfach eine wunderschöne Karte, mit der wir hier interagieren können. Da können wir tatsächlich auch rein- und rauszoomen, wie wir es brauchen. Und, was sehr, sehr spannend ist, wir haben hier so Markierungen, die wir setzen können. Das heißt, wenn wir irgendwo Secrets finden, äh, die wir quasi noch nicht einsammeln konnten, ne, dann können wir uns die einfach auf der Karte markieren und dann quasi nachträglich nochmal holen gehen. Das ist eine verdammt freshe Sache. Und jetzt habe ich gerade den Vogel von da oben vertrieben. Sorry, Bro. So, und ich habe noch kein Schwert. Ich habe noch keine Items. Ich denke, ich bin aktuell noch komplett blank. Aber ich sage mal, wir können ja halt schon mal ein bisschen, bisschen Stuff sammeln, ne. Man weiß ja nie. Wir haben aktuell drei Herzen, ne, as always. Und ich habe keine Ahnung, was zu 100% gehört. Also, ich habe mich jetzt auch tatsächlich noch gar nicht informiert. Ich glaube, man sammelt hier so kleine lila Wobbelviecher ein. Meine ich mal irgendwo gesehen zu haben. Ähm, ansonsten natürlich alle Herzteile, Items und so weiter. Was ist natürlich klar. Aber ich glaube, wir werden im Laufe des Spiels dann schon erfahren, was alles zu den 100% gehört. Aber jetzt würde ich vorschlagen, schauen wir erstmal nach, was hier los ist. Ne, und starten erstmal das Spiel, bevor wir in eine große Erkundungstur gehen. Schnell! Vater wird es uns wirklich wütend. Alles klar. Aber vielleicht sollte ich vorher noch hier ein bisschen, ne, mir die Büsche angucken, ne. Okay, aber da scheinen sehr wenig Items dran zu sein. Ich glaube, das lohnt nicht sehr, sich darauf einzulassen. Oh je, wir kommen zu spät zur Arbeit. Immer ein ungutes Gefühl. Wie gefällt ihr euch, Hauptmann? Oh, hier, ganz, ganz ausgezeichnet. Ihr schafft es, dass selbst mein alter Schild wieder aussieht wie neu. Man nennt euch zu Recht Meister. Man tut, was man kann. Ich hatte gerade das Herz von höchster Güte da, also habe ich ihn bei der Reparatur gleich verstärkt. Hm, okay, vielen Dank. Das heißt, die richtige Entscheidung, den Meister ans Werk zu lassen. Den nächsten Schild lasse ich ganz sicher auch hier machen. Was denn, Hübi? Du bist gerade erst in der Ausbildung und hast schon wieder verschlafen? Ha, ha, ha. So wirst du nie solch ein großartiger Schmied dir der Meister. Oh je, wir werden selbst vom Kunden fertig gemacht. Hübi, wie oft habe ich dir schon gesagt, du hast pünktlich hier zu sein. Jetzt reißt mir endgültig der Geduldsfaden. Drei Minuten vor der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit. Ach, komm doch mal her zu mir. Oh nein! Der Hauptmann ist gegangen und hat sein Schwert vergessen. Ah, ausgerechnet unser Obersoldat vergisst sein Schwert mitzunehmen. Wie verantwortungslos. Hübi, die Straffredig muss warten. Schnell, lauf dem Hauptmann hinterher und vergiss bloß das Schwert nicht. Leute, kriegen wir jetzt so direkt unser Schwert? Wird so das Schwert in diesem Game eingeführt für uns? Du hast das vergessene Schwert erhalten. Sei vorsichtig damit und bringe es schnell zum Hauptmann. Wenn du dich bei bist, kannst du ihn noch einholen. Was denn? Wo du ihn suchen sollst? Na, wenn der Hauptmann irgendwo hingegangen ist, wird das ja wohl das Schloss Hyrule sein. Schließt du eigentlich immer noch? Ich habe es dir auf der Karte eingetragen. Ja, und wir haben da jetzt so ein X bekommen. Na, da wird mir jetzt quasi so ein bisschen markiert, was ich tun muss. Okay. Na, dann wollen wir doch dem Kollegen mal sein Schwert hinterher tragen. Na, ich werde bestimmt, dass ich zu spät bin. Und der Typ vergisst einfach sein Hauptwerkzeug. Was ihm sein Leben kosten kann, wenn er angegriffen wird. Na, und ich bin der Trottel. Ja, ja. Wir verstehen uns, Herr Hauptmann. Ich darf jetzt Ihnen wieder ihr Schwert hinterher tragen. Weil Sie gestern wahrscheinlich wieder zu tief ins Weinglas geguckt haben. Ich weiß doch ganz genau, wie der Hase hier läuft. Oh! Ich kann die Kamera mit dem Steuerkreuz steuern. Ich kann die so verschieben. Damn! Okay, das ist verdammt nice. Ich meine, es ist ja so ein typisches Top-Down-2D-Zelda. Aber so eine leicht mobile Kamera ist verdammt cool. Ah, Hübi. Du bist nicht so oft zu früh auf, oder? Was möchtest du denn im Schloss? Ich verstehe, eine Lieferung für den Hauptmann. Sorry, der ist noch nicht wieder zurück. Er hat gesagt, dass er heute bei deinem Meister vorbeischauen wollte. Also ist er da wahrscheinlich noch. Nee? Dann ist er sicher wieder auf einem Schwätzchen bei Schwester Ceres vorbeigegangen. Und das jetzt, wo wir überall am Schloss mit diesen seltsamen Schmierereien zu kämpfen haben. Na, der Hauptmann sollte jedenfalls bei der Kirche sein. Du weißt schon, die an der Rückseite des Schlosses. Der kürzeste Weg ist dort entlang. Uh, okay. Ah, das sind die Schmierereien. Ist das Graffiti? Seit dem Morgengrund versuche ich diese Schmiererei wegzugeschnitten. Das ist wirklich nicht mehr lustig. Okay, hier gibt es so ein mieses Graffiti-Problem. Leute, guck mal auf den Rubin-Counter oben. Der ist einfach schon vierstellig. Man ist echt aus Schruppe. Es geht einfach nicht ab. Das ist doch keine normale Farbe. Oh je, Guys. Oh je. Ich bezweifle auch, dass es normale Farbe ist. Oh, damn. Denn, ich mein, man kennt es ja schon aus Trailern und so weiter. Äh, das Game arbeitet ja viel mit so einer Art in die Wand reingeh-Trick. Ich weiß selber noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Aber es hat, also dieses Spiel lebt ja glaube ich so ein bisschen davon, dass man sich so zweidimensional quasi in eine Wandmalerei verwandeln kann. Glaube ich. Wie gesagt, es ist alles blind für mich, Freunde. Also, äh, das sind alles so Sachen, die ich aus Trailern, Videos und so weiter kenne, die ich mal gesehen habe. Uh, hier ist noch ein Wetterhahn. Ein neuer Wetterhahn wurde auf der Karte eingetragen. Boah, ich kann mir vorstellen, dass die später vielleicht noch zu Teleportpunkten werden. Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, das sind wirklich noch Speicherpunkte, ne? Jo, da ist der Ding, wie heißt er? Dampe? Nein, nein, äh, Boris auf Deutsch. Aber auf, auf Englisch heißt er ganz anders. Hallo Hübi, möchtest du zur Kirche? Ja, der Hauptmann ist hier. Er unterhält sich drin mit Vater. Der Hauptmann hat sein Schwert vergessen. Diese Nachlässigkeit steht ihm gar nicht ähnlich. Ich werde einmal nachsehen gehen. Hüüü, also der Hauptmann, der kommt nicht wegen des Priesters hierher, sondern wegen Ceres. Aber Ceres kriegt das gar nicht mit. Manchmal ist sie ein bisschen naiv und so. Aber sie ist ein wirklich guter Mensch, weißt du? Nebenan, nebenbei, an den Schlosswänden sind seltsame Bilder aufgetaucht. Bei dem Nebel konnte ich aber nichts erkennen. Das ist doch... Hilfe! Was war das denn? Oh, oh, oh weh, oh weh. Das war ein Hilferuf von Ceres, kein Zweifel. Schnell, wir, wir müssen sie retten. Aber, aber, aber wie nur? Oh, oh, ja genau, jetzt habe ich es. Der, der Priester hat einmal davon erzählt, dass es auf dem Friedhof einen unterirdischen Weg zur Kirche gibt. Ich selbst habe ihn weder gesehen noch betreten. Aber, könntest du diesen Weg nicht suchen und einmal nach dem Rechten sehen? Du hast ja sogar ein Schwert. Ich habe Angst. Jetzt ist nicht die Zeit zu zögern. Okay, alles klar. Du benutzt leihweise das Schwert, das du dem Hauptmann bringen solltest. Schwinge es mit B. Wenn es gefährlich wird, hast du immer noch das Schwert. Ach, wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre, würde ich ja selbst gehen. Doch eher 20, 30. Egal, geh einfach zum Friedhof, okay? Oh boy, Freunde. Wir haben ein Schwert. Das ist heute am coolen. Jetzt können wir viel besser hier diese Büsche looten. Damn. Das spielt sich irgendwie super smooth. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum. Aber es spielt sich irgendwie sehr, sehr, sehr schnell und locker und easy. Damn. Mir gefällt das Gameplay. Und das ist doch safe hier oben. Der, äh, Ding, ne? Der Grabstein, den ich verschieben kann. Der ist einfach zu, zu prominent. Yes. So sieht's aus. Na dann, schnell rein da. Die liebe Ceres ist in Gefahr. Wie man auf dem Hauptmann angebaggert wird. Ekelhaft. So, ich kann sogar Krüge hier kaputt machen. Ah, ich kann sogar schon eine Wirbelattacke. Das ist spannend. In manchen Zelda-Games musst du die nämlich erst lernen. Und hier ist eine Truhe. Yo, direkt mit unserem ersten Item. Du hast die Lampe erhalten. Rüste sie auf dem unteren Bildschirm aus. Oh, nice, guys. Das sieht jetzt nämlich so aus. Na, deswegen holen wir uns nämlich den, äh, den Bottom Screen hier manchmal rein. Da können wir einfach hier drauf tippen. Und wir sehen, es gibt insgesamt 20 Items. Zumindest 20 Items Slots. Und dann können wir jetzt die quasi einfach hier drauf ziehen. Und dann kann ich die sogar in der Hand halten und so einen kleinen Feuerstoß abgeben. Uh, I like, I like. So ein bisschen Cash. Ah, da sind Fackeln. Da starten wir doch das Zelda-Spiel. Oh, damn. Ich habe euch den nicht ausgemacht. Oh, hoffentlich verpasse ich das nicht häufiger. Goddammit, Freunde. Goddammit. Okay. Da muss ich sehr aufpassen. Sobald ich den Bottom Screen anmache, muss ich ihn wieder ausmachen. Freunde, ich habe auch noch zu lernen. Na, aber ich finde es geil, dass wir einfach dieses Zelda-Spiel hier einfach als erstes Rätsel überhaupt mit einem Fackel-Rätsel starten. Das ist nice. Oh, guck mal. Da oben ist einfach eiskalt ein Herzteil. Aber da kommen wir nicht hin. Sollen wir uns dann jetzt hier... Komm, Freunde. Wir machen jetzt mal was zusammen. Wir haben jetzt hier ein Herzteil gefunden. Und wir setzen uns jetzt hier gemeinsam so eine Markierung. Na, zack. Damit ich auch in Zukunft weiß, okay, hier unten ist noch ein Herzteil. Oh, und da ist auch eine Truhe. Mit 20 Rubinen. Alles klar. Das nehme ich gern mit. Ich mag das, dass hier alles irgendwie so... Es ist zwar eigentlich von der Mechanik her ein 2D-Zelda, aber es hat auch sehr viele dreidimensionale Mechaniken. Irgendwie... Also es ist sehr schön. Und wie gesagt, das Gameplay... Es spielt sich super smooth. Also total schnell und flüssig. Und irgendwie so teilweise richtig Zelda-untypisch, finde ich. Gerade 2D-Zelda-untypisch. Die sind ja doch immer ein bisschen sperriger. Einfach durch ihre Perspektive, weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber... Das geht so richtig schnell von der Hand. Uh, das gefällt mir. Ich bin ja prinzipiell eher mein Spieler. Ich vers... Also... Ich guck mir alles an. Aber ich... Ich versuche dabei schnell und effektiv zu sein. Ich weiß, das widerspricht sich ein bisschen. Aber prinzipiell beschreibt mich das, glaube ich, als Spieler ganz gut. So, und hier war jetzt ein kleiner Schlüssel, den wir dann gleich hier drüben verwenden können. So. Wie wir an das Herz herankommen? Keine Ahnung. Uh, was geht hier ab? Oh, damn! Geister! Ich mach mir das Licht an! Oh, what? Oh, ich dachte, die sterben, wenn ich Ding... Wenn ich das Licht anmache. Aua! Ihr Schweine! War's das? Yeah! Let's go! Hier sind noch mehr Fackeln? Was ist hier? Ah! Geht damit oben die Tür auf? Yes! Aber... Schau mal, Freunde! Nein! Ich hab... Oh, okay! Oh, damn! Ich hab den Bottomscreen gespielt. Das... Okay. Wir müssen das irgendwie anders machen. Vielleicht baue ich mir hier einen Timer ein, Freunde. Dass der Bottomscreen immer nur für eine kurze Zeit eingeblendet wird. Oder ich... Ich weiß es noch nicht genau. Okay, ich muss sehr auf... Okay. Freunde, I have to learn. I have to learn. I have to learn. Gebt mir die Zeit. Entschuldigt das, bitte. Entschuldigt das. Entschuldigt das. Oh, wir sind in der Kirche angekommen. Ja. Schöne Mucke. What the fuck? Er hat ein umgedrehtes Ding. Trifoss auf der Brust. Meine Tochter. Was habt ihr mit Ceres vor? Wer seid ihr? Mein Name ist Yuga. Ich bin ein Sammler. Ein Sammler auf der Suche nach wahrer Schönheit. Und bei euch bin ich fündig geworden, Schwester. Ihr seid ein Juwele mitten des Morastes. Mit meinen begnadeten Händen werde ich euch noch schöner machen. Ihr solltet diese Ehre zu schätzen wissen. Er hat sie einfach in ein Gemälde verwandelt. Wundervoll. Als Gemälde seid ihr tatsächlich noch bezaubernder. Auch sie wird sicher sehr zufrieden sein. Und wen haben wir da? Wie bist du denn hier hereingekommen? Sag bloß, du wirst dich mir in den Weg stellen mit diesem Messerchen. Hübi, warum bist du hier? Der Mann ist gefährlich. Der Hauptmann... Er hat ihn... Du solltest auf den Priester hören. Was glaubst du, kannst du gegen mich ausrichten? Oh, lol. Hübi! Die Bewohner dieser Welt sind alle so roh und ungestüm. Sich mir entgegenzustellen. Was für eine Vermessenheit. Ihr seid unwürdig. Zum Glück muss ich nicht mehr allzu lang in dieser hässlichen Welt verweilen. Ich will es einfach weggehen. Auch dieser Hauptmann ist nicht gerade ein Bild von einem Mann geworden. Enttäuschend. Aber es spielt keine Rolle in meiner Suche nach dem perfekten Motiv. Geht weiter. Geht weiter. Hahahaha. Meine Ceres. Das ist ein Silter. Ich muss erfahren, was hier geschehen ist. Crazy. Sie. Oh, wir sind wieder daheim. Oder war das auch nur ein Traum? Nee, oder? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Das ist dein Haus? Dann scheint es gar nicht leer. Hm. Was ist denn überhaupt passiert? Wie bitte? Ein komischer Typ verwandelt Leute in Gemälde? Du wolltest ihn aufhalten, aber er hat dich erwischt. Was? Hm. Verstehe. Schon toll, dass du den Mumm hast, dich so einem Typen in den Weg zu stellen. Du bist ja ein echter kleiner Held. Aber jetzt ist nicht die Zeit, sich über sowas zu unterhalten. Diesen Vorfall solltest du sofort im Schloss melden. Äh, okay. Ah, warte mal eine Sekunde. Ich suche hier in der Nähe nach einer Unterkunft. Aber irgendwie ist das schwierig. Ich finde einfach nichts. Ich habe eine etwas dreiste Bitte. Könnte ich vielleicht bei dir einziehen? Nur eine kurze Weile. Klar! Ich lasse irgendeinen fremden Dude bei mir einziehen. Wirklich? Wow! Vielen Dank! Endlich muss ich nicht mehr unter freiem Himmel schlafen. Ich kann jetzt zwar keine Miete zahlen, aber nimm stattdessen noch bitte das hier. Was gibt es für uns? Ravius armreif. Riecht seltsam. Oder ist der für irgendwas gut? Das ist eine echte Antiquität. So mancher Sammler würde sich alle zehn Finger danach lecken. Was? Du willst ihn nicht, weil er komisch riecht? Wovon redest du? Das ist ja wohl ein toller Geruch. Dieses ledrige Aroma mit seinem Hauf von Schimmel im Abgang. Das ist der Beweis dafür, dass es sich um ein geschichtsträchtiges Relikt handelt. Ja, ist schon gut. Ich gebe es zu. Der Armreif müffelt ein bisschen. Das Geschenk kommt aber trotzdem von Herzen. Also trage ihn bitte auch. Los, los! Auf zum Storch! Schnell! Schnell! Bis später und viel Erfolg kleiner Held. Der danst übel ab. Aber was bringt uns jetzt dieser Armreif? Ist das ein Item? Nee, ich kann das nicht ausrüsten. Hm. Kann ich das kaputt hauen? Ja! Lol! Okay. So und jetzt ist es wieder ein Wetterharm. Da werde ich erstmal wieder schön speichern, Freunde. Ne, damit wir hier nicht irgendwas nochmal spielen müssen. Oh, aber es ist cool, dass wir jetzt schon ein Schwert haben. Ah, verstehe ich das richtig, dass der Hauptmann dann umgebracht wurde? Das ist ja mal ultra crazy. Hm. Well. Er hatte ja auch sein Schwert nicht dabei. Dementsprechend... Ich würde mal sagen, das ist natürliche Selektion. So, aber ich sag mal, wenn dieser Dude... Wie hieß der? Jugu? Nee, ich hab den Namen vergessen. Wenn der Leute in 2D-Objekte verwandeln kann, beziehungsweise Gemälde... Sind das hier dann vielleicht Stadtfachen oder so? Die er auch verwandelt hat? I don't know. Und was ich sehr, sehr spannend finde... In Link's Awakening konnte man diese Gegner hier nicht angreifen. Na, da hat man so einen Stromschock bekommen. Aber das scheint jetzt hier an der Stelle nicht der Fall zu sein. Oh, da ist eine... Da war eine Biene drin. Es gibt Bienen in The Legend of Zelda? Ja, okay. Gibt's schon häufiger. Aber normalerweise waren die eigentlich immer in einem Ding, ne? Normalerweise waren die immer in einem Bienenstock. Und nicht einfach so unter einem Stein oder einem Busch. Sehr interessant. So. Ist das hier das Schloss? Yes. Komm. Kriegen wir irgendwas, wenn wir hier alles kaputt machen? Komm und sich in die Quere. Äh. Alles klar. Sorry, ich bin halt ein bisschen effektiver. Komm, wir machen alles kaputt. Okay, es juckt ihn jetzt gar nicht mehr. Tja, du Sau. Ich hab deine Trainingsobjekte kaputt gemacht. Was wirst du jetzt tun? Bam. Hey. Und der Boy darf schlucken. Drip an dich. Es scheint ja aus irgendwelchen Gründen nicht abzugehen. Da oben ist eine Truhe. Äh. Da werde ich mir auch mal ganz kurz hier da einfach eine Markierung auf der Karte setzen. Ich hab 20 von diesen Markierungen übrig. Mal gucken, ob man die recht schnell verbraucht hat. Mit jedem Tag werden es mehr von diesen komischen Wandbildern, wenn ich den Witzbold erwische. Hm. Ich glaub mittlerweile nicht mehr, dass das einfach nur so ein normaler Straßengangster ist. Ich glaub, da ist ein bisschen mehr im Busch. Wir müssen mal gucken. Oh, ich komm da rein. Lol. Ich dachte echt, das wär abgesperrt. Uh, hi. Hey, deine Karte ist ja noch ganz neu. In meine habe ich ständig Nadeln gesteckt. Sie ist ganz löchrig. Aber wenn ich mir wichtige Orte nicht mit einer Nadel markiere, vergesse ich sie, wo sie sind. Ah, da lernt man die Nadelmechanik. Der Typ da hinten, der pennt ständig, wenn er Wache schiebt. Du? Oh, ähm. Keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Was soll denn das, sich so anzuschleichen? Ist ja nicht so, dass ich im Dienst schlafe. Äh. Oh. Nice. Fünf Robine. Hm. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich hier vielleicht ein bisschen, ja, mehr Stonks mache. Aber, was soll's. So, wir hätten jetzt hier den Haupteingang noch. Aber ich hab gesehen, dass hier drüben noch ein Eingang ist. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass diese Tore abgesperrt sind. Aber sind sie nicht. Sind sie obviously nicht. So, ist hier auch noch mal eine Truhe? Nee. Heute Morgen bin ich zum Wahrsager gegangen. Er hat vorher gesagt, dass heute der schlimmste Tag meines Lebens wird. Und der Wahrsager soll ja oft recht haben, ob ich morgen noch lebe. Hm. Nur weil er sagt, der schlimmste Tag, hat er nicht gesagt, der letzte Tag. Die Milchbar klingt verlockend. Da sollte man nach der Arbeit mal hingehen. Lol, es gibt hier die Milchbar. Shoutouts an Majora's Mask auf jeden Fall. Da ist schon einfach die zweite Majora's Mask Referenz. Und das im ersten Part. Ne, die Maske in Links Haus. Und jetzt einfach auch noch mal die Milchbar, die existiert. Spannend, spannend. Hey, du da. Gewöhnliche Bürger dürfen hier nicht rein. Was? Der Hauptmann und Ceres wurden in Gemälde verwandelt? Und jetzt bist du gekommen, um davon zu berichten? Haha. Willst du unbedingt die Prinzessin sehen, oder? Eine schöne Geschichte. Das musst du dir erlassen. Aber streng dich beim nächsten Mal mehr an. Was ist denn da los? So ein Lärm. Ehrenwerte Impa. Dieser Junge macht hier Lärm, weil er mit Prinzessin Zelda sprechen will. Hm, mit der Prinzessin und was hat er mit ihr zu besprechen? Ah, Schwester Ceres wurde in ein Gemälde verwandelt. Ob das wohl etwas mit den Soldatenbildern zu tun hat, die an die Wand des Schlosses geschmiert wurden? Hm, na gut, dann folge mir. Du musst der Prinzessin sofort berichten, was du in der Kirche gesehen hast. Was? Was? Ihr wollt das wirklich anhören? Ehrenwerte Impa? Tja. Bitch. Na schön, du kannst rein. Ah, da wollt ihr hier den Macker spielen, ne? Den Obermacho. Der einen auf dicke Hose macht, nur weil er eine Uniform anhat. I'm sorry. Not today. Warte hier. Das sind glaube ich die Wandmalereien. Die wir am Anfang vom Projekt gesehen haben, ne? Ja. Hi. Nun, wer die Legende kennt, darf sich ein Pfarrenbürger Hyrule nennen. Betrachte diese Gemälde und lerne die Symbole auf dem Boden und zeigen dir die Reihenfolge der Gemälde an. Es heißt ja, dass es in Hyrule noch immer Nachfahren der sieben Weisen aus den Gemälden gibt. Und es ist kein Geheimnis, dass auch Impa eine dieser Nachfahren ist. Ja, aber die Bilder habe ich schon, sag ich mal, recht, äh, recht früh kennenlernen dürfen. Ich interagiere jetzt mal mit allen Bildern. Weil es vielleicht sein kann, dass Zelda dann kommt, wenn wir alle Bilder angeguckt haben. Aber wir haben ja schon erfolgreich das Intro inspiziert. Deswegen sollten wir diese Bilder ja nicht mehr schocken. I knew it! Die Prinzessin wird dich jetzt empfangen. Hier entlang. Dankeschön. Aber die Geschichte kannte ich schon. Denkt ihr, ich bin ein ungebildeter Bengel, hä? Denkt ihr, ich mach gar nichts in meinem Leben? Oh, Sie mit Possessenzelda? Yay! Uuuuh, cooles Design! Willkommen in Schloss Hyrule. Du bist doch... Verzeih mir doch, könntest du mir deinen Namen nennen? Hübi, das ist also dein Name. In jüngster Zeit sehe ich in meinen Träumen einen Jungen wie dich gegen eine böse Macht kämpfen. Auch du hast diesen Traum, Hübi? Wie ungewöhnlich. Dass du heute hierhergekommen bist, kann sehr wohl Schicksal gewesen sein. Bitte erzähl mir von den Dingen, die sich in der Kirche zugetragen haben. Oh, Mama mia! Schaltest du das, was wurde in ein Gemälde verwandelt? Und der Hauptmann auch? Oh, was ist das? Ich spüre das nur an einer finsteren Macht. Impa! Uns stehen schlimme Zeiten bevor. Prinzessin. Vielleicht solltet ihr den Werten Sahasralla um Hilfe suchen. Er ist unser würdigster Ältester und bekannter für großes Wissen zu besitzen. Du hast recht. Hübi, kennst du den ehrenwürdigen Sahasralla in Kakariko? Er weiß bestimmt einen Rat. Impa, so ist nun die Zeit gekommen. Dieser Talisman wurde mir von meinen Vorfahren vererbt. Ich bin mir sicher, dass derjenige, dem er bestimmt ist, nur vor mir steht. Bitte nehm ihn an dich, Hübi. Prinzessin, seid ihr euch sicher? Dieser Talisman wurde über viele Generationen gehütet. Ich bin sicher. Diesen Talisman trug ich immer bei mir. All die Jahre warte ich auf jeden, den ich ihn überreichen sollte. Schon bald wird er für dich nützlich sein. Äh... Warum kriege ich da ein Schmuck geschenkt? Uh, du hast den Talisman erhalten. Die Wärme von Zeldas Haut ist zu spüren. Bitte berichte Sahasralla an allen Einzelheiten, was du beobachtet hast. Äh... Den kann ich auch nicht anziehen. Na, wir haben hier noch quasi dieses Statusmenü-Guys. Na, da sehen wir jetzt, dass wir hier drüben diesen Talisman haben. Es gibt wohl insgesamt drei. Wahrscheinlich Mut, Weisheit, Kraft. Und hier ist das Armband. Hm. Sehr interessant. Vielleicht kann man da später irgendwie so Edelsteine einsetzen. Und dadurch dann das ganze Zeug, sag ich mal, verbessern. Oder es sind irgendwie relevante Items. Ich denke, das wird mir früher oder später rausfinden. So. Und ich glaube... Hier kommen wir jetzt tatsächlich auch zu der Truhe, die ich mir gerade eben schon auf der Karte markiert hatte. So sieht's aus. Uh... 50 Cash. Nice. Dann kann ich nämlich jetzt die Nadel hier unten quasi wieder entfernen. Aber ich schaue noch auf die andere Seite. So. Nichts. Nichts auslassen. Nichts auslassen. Das ist das Wichtigste. Hm. Da wäre der Eingang. Nada. Verdammt. Okay. Dann würde ich an der Stelle aber sagen, meine lieben Freunde, dass ich mich hier von euch verabschiede. Ich hoffe, die erste Folge der Legend of Zelda A Link Between Worlds hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne, ob ihr das Ganze auch blind guckt. Oder ob ihr das Game schon kennt. Beziehungsweise, ob ihr das Game sogar schon zu 100% gespielt habt. Und... Ja. In diesem Sinne, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Ein von Herzen kommendes Dankeschön noch an Serian Kamara und Lord Ryuma für eure dicken Support per Kanalmitgliedschaft. Danke euch.